Ich habe gedacht, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht schlafen. Seit Tagen kann ich nicht schlafen. Seit Tagen kann ich nicht schlafen. Und das liegt nicht daran, dass ich wieder angefangen habe, Koffein in meinen Tag zu integrieren, sondern, das hat vor allen Dingen damit angefangen und aufgehört, dass ich viel zu viel Wrestling geguckt habe. Und ich bin dann, ich brauche, ich, ne? Nein, 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 keine Sorge, das ist kein Emma-Matratzen-Placement. Keine Sorge, es hat nichts mit Emma-Matratzen zu tun, sondern das letzte Video, nein, es ist kein Emma-Matratzen. Es handelt sich hier nicht, noch nicht, um ein Emma-Matratzen-Placement, obwohl ich gar nicht weiß, wie Emma, also keine Ahnung. Es handelt sich hier nicht um ein Emma-Matratzen-Placement. Ich kann aus anderen Gründen nicht schlafen, denn ich muss immer denken, ich muss immer, ich wache immer auf, schweißgebadet und muss an, ähm, und muss an einen unserer Kollegen, an einen meiner Kollegen denken, nämlich an Badland Chucks, dieser riesige, kuschelige Mann, der alle Prime-Sorten in sich hineingeschüttelt hat und anscheinend noch lebt. Und er hat gesagt, die schmecken alle köstlich. Und ich wache, schweißgebadet auf und schreie und sage, nein, nein, das kann nicht sein. Und darum habe ich mir noch eins geholt, um wirklich sicher zu sein, dass das scheiße ist. Weil, ey, ehrlich, ich kann es nicht glauben, dass Leute das in sich reinkippen. Ich kann es nicht glauben, dass Leute das in sich reinkippen. Und ich habe, ich träume nicht mehr, oder wenn ich träume, dann träume ich nur von dem Typen, wie er auf dem Sterbebett liegt und sagt, Prime, gib mir Prime. Es ist schlimm. Deswegen will ich sicher gehen. Ich will sicher gehen, dass die Scheiße wirklich so scheiße ist, wie ich gesagt habe. Deswegen werden wir unser großartiges, ist das wirklich so schlecht, Geschmackserlebnis fortsetzen. Wir werden es fortsetzen. Und damit beginnen wir jetzt den Streamen, mehr oder weniger. Es kann doch nicht sein, dass so ein populäres Getränk mir nicht schmeckt. Das kann doch nicht sein. Alle drehen drauf ab. Alle sind so, boah, ist das krass. Und ich sitze hier und kotze mir in den Mund. Das kann nicht sein. Darum dachte ich mir, was gibt es Besseres nach dem grünen Parteitrag als Prime Grün? Das ist Lime Lemon. Oh Gott, der Geruch ist schon wirklich... Oh Gott, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mal einen neuen, wenn ihr so einen neuen Fußbodenreiniger aufmacht und ihr brecht so das Siegel auf und es verbreitet sich so ein Schuss so in der Luft und so... So. Also. Ich rieche erstmal dran. Erstmal der Geruchstest. Ist das der ekelhafteste Geruch, den ich je gerucht habe? Alter, ich glaube, das kann ich nicht trinken, Chat. Oh mein Gott. Das riecht ja widerlich. Aber... Es riecht... Nicht so wie die anderen. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Also. Ich versuche den... Ich versuche den Geruch zu beschreiben. Stellt euch vor, ihr steht... Ihr kommt nachts nach Hause, auf dem Weg nach Hause von der, wie sagte letztens ein Zuschauer von mir, Disco. Ihr kommt nachts nach Hause von der Disco. Und... Ihr lauft die... Ihr lauft die Straße runter, zwei Straßen weiter, bevor ihr... Bevor ihr zu Hause seid. Und in der Straße, in der ihr seid, gibt es diesen einen Kaugummi-Automaten, der da schon seit 1994 steht. Und ihr habt euch immer gefragt... Und ihr habt euch immer gefragt... Wer wartet den eigentlich? Und ihr seid, weil ihr ein bisschen angetrunken seid, so mutig und nehmt euren... Euren letzten Euro aus eurer Tasche und werft den in diesen Automaten. Und aus diesem Automaten kommt ein Bonbon raus, das grün ist. So grün wie dieser Prime. Und ihr riecht da dran und es riecht genau so. Das riecht so, als wäre das Bonbon in der gleichen Fabrik hergestellt worden, wie diese Toilettenclips, wo man diese Toilettensteine unter die Seite der Toilette klippen kann. Das ist der... Ich habe noch nie in meinem... Ich habe selten in meinem Leben... Ich würde nicht sagen noch nie. Ich habe selten in meinem Leben etwas gerochen, das mehr nach Chemie riecht. Also ich kriege auch Kopfschmerzen tatsächlich, nur vom Geruch. Okay, ich werde trotzdem probieren, bevor ich es wegmache. Es riecht legit nach einem Limettenklostein. Unglaublich. Gebt mir Kraft, gebt mir eure Kraft. Okay, let's go. Oh, ist so in meine Hand gekommen, es brennt auch ein bisschen. Oh Gott, jetzt ist es auf meinem Tisch. Es brennt sich ins Pad ein. Oh, fuck. Okay, ich probiere es. Oh, das riecht so viel tausendfach schlimmer als Gunnergy. Oh, ich traue mich nicht. Oh, etwas hat meine Lippen benetzt, das ist unangenehm. Oh. Oh. Oh, das war so ein Fehler. Oh Gott. Oh, fuck. Oh, das schmeckt wirklich widerlich. Ich habe aber selten ein, also das muss man sagen, mal ein kleines Kompliment. Ich habe selten ein Getränk zu mir genommen, das genauso schlecht schmeckt, wie es riecht. Also, da ist es wirklich, da ist die Wissenschaftlerin und Wissenschaftler, die es geschafft haben, den Geruch genau in den Geschmack zu übertragen, wirklich beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Du riechst das, du denkst, hä, warum riecht das wie ein Limettenklo-Stein? Und dann schmeckt das genauso. Unglaublich. 10 von 10. Erlebnis würde ich nicht wiederholen. So. Das kann doch nicht sein, dass das so scheiße schmeckt. Wer trinkt sowas? Wer trinkt diese Pisse? Wollt ihr mich verarschen? Wer ist denn so bescheuert und trinkt das? Und das nicht mal für Content, einfach wegen dem Geschmack? Wegen dem Geschmack? Bruder, wenn ich das Licht ausmache und hier UV-Licht anmache, fängt das an zu leuchten. Digga, wie viele Flaschen muss man denn auf Meerwasser verdünnen, damit die Fischbestände nicht aussterben? Digga, das ist ganz schlimm. Aber es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das alle geil finden. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, Chat. Das kann nicht sein. Chat, ich hab noch ein Blaues. Das kann nicht sein. Blue Raspberry. Irgendeins von denen muss doch gut schmecken. Warte. Bevor ihr mich verurteilt. Bevor ihr mich verurteilt. Ist euch klar, wie populär dieses Getränk ist, Bro? Die sponsern FC Bayern München. Und die UFC. Die Leute müssen das ja saufen, bis es gar keinen Morgent gibt. Wie? Ist das irgendein... Es muss doch... Das muss doch laufen. Das muss laufen. Ruhe. Chat, ich möchte... Es muss doch eins von denen... Eins muss doch... Nicht das Gefühl geben, dass ich in den Chemie-Labor gefallen bin. Ruhe. Chat, Ruhe. Ich mach jetzt... Blue Raspberry Flavor. Ey, wirklich. Ist das ein Wodka-Getränk oder so? Puh. Es kommt schon... Es kommt... Eine Dosis kommt schon aus dem... Das kann nicht sein. Es kommt schon eine gute Dosis aus... Es riecht schon... Ich rieche erst mal dran. Oh, ist das das Getränk? Es riecht... Nicht so beschissen, wie das davor. Okay. 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 Ich sterbe nicht. Nee. Es ist... Ey. Stopp. Es riecht nicht so beschissen, wie das davor. Trinken alle Blue Raspberry? Okay. Okay. So. Geruch ist... Geruch ist... Okay. Geruch ist... Okay. Oh. 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 Ist nicht so schlecht, wie das davor, aber... Oh. Oh. Ja. Chat, so muss es sich anfühlen. So muss es sich anfühlen. Bis... Wenn jemand... Blaubeer-Konzentrat... Auf deine Zunge tröpfelt. So muss es sich anfühlen. Alter. Ey. Ey. Ich sag ganz ehrlich, wenn ich das hier nicht für ein Video aufnehmen würde, würde ich mir lieber in den Mund pissen lassen. Wer das unironisch trinkt, wer das unironisch trinkt, hat nicht mehr alle Latten am Zorn. Das ist die ekelhafteste Brau... Also das ist das ekelerregendste Gebräu, das ich jemals auch nur in die Nähe meiner oberen oralen Öffnung gebracht habe. Das ist un-fucking-glaublich. So muss der Mittelstrahl schmecken. Das ist un-fucking-glaublich. How the fuck? Es ist wirklich krank. Wie kann man das saufen? Ich kriege einen Schluck runter und dann kotze ich mir in den Mund. Das ist übel fucking eklig. Ich gebe es auf. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass das... Also ich glaube, dass die Leute haben einfach eine Psychose, Digga. Niemand, der das trinkt, ist noch ganz bei Trost. Das ist unfucking glaublich. Also, nee. 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 Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe es wirklich versucht, Alter. I tried. Aber ganz ehrlich, ekelhaft. Dagegen ist Gönnergy ein köstliches Erfrischungsgetränk. Kein Joke. Dagegen ist Gönnergy ein köstliches Erfrischungsgetränk. Das ist so widerwärtig. Ey, wirklich. Wirklich. Unglaublich. Oh Gott. Habe Rot probiert. Übertreib es nicht. Oder? Oder? Das kann doch nicht sein. Ich bin einfach... Ich meine, natürlich habe ich Boomer-Geschmack, aber das war schon ekelhaft. Gut. Also, I tried. Ich habe wirklich versucht... Das Kontrastmittel vor einem CT schmeckt mir persönlich besser. Ja. Mir ist klar, dass du das nicht einfach in den Abfluss leeren darfst. Es gelten dieselben Bestimmungen wie zur Beseitigung von alten Kernbrennstäben. Alter, ich glaube... Weißt du, wann ich das in meinen Abfluss mache? Wenn du wieder das Gefühl hast, du musst den mal ein bisschen reinigen. Einfach einwirken lassen, so für eine halbe Stunde. Einfach so einwirken lassen für eine halbe Stunde, weißt du? Einfach so... Und ansonsten mit dem Castor-Transport ins Endlager. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. I tried. I fucking tried. Ich werde... Chat, ich versuche es zukünftig nicht mehr zu machen. Es kann nicht sein. Ich verstehe nicht, wie die Scheiße so populär ist. Wenn ihr Eltern seid oder ihr seid Cousins und ihr kennt irgendjemanden, der die Scheiße trinkt, nehmt es ihm weg. Nehmt es... Verbietet es ihm. Redet auf sie ein. Nehmt es ihnen weg. Konsumverbot. Die Scheiße ist richtig ekelhaft.